Sie sind hier 8. Dezember 2018, 22 Uhr 18, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern Jerry Tolbring war mit 10 Treffern bester Torschütze der Rhein-Neckar Löwen, Urheberrecht Getty Images mit einem hart erkämpften Derbysieg bei Frisch auf Göppingen haben die Rhein-Neckar Löwen den Anschluss an die Tabellenspitze der DKB HBS. Die Rhein-Neckar Löwen hat in der Handball-Bundesliga den dritten Tabellenplatz erobert. Der Vizemeister setzte sich in einer Nachholbegegnung des neuen Spieltags beim viermaligen EHF-Pokalsieger Frisch auf Göppingen mit 28 zu 25, 15 Uhr 12 durch. Die Löwen liegen trotz des Sieges aber nach 16 Saisonspielen noch fünf Zähler hinter dem Verlustpunkt freien Tabellenführer und Vorjahresmeister SG Flensburg Handewitt zurück. Serviced die Tabelle der Handball-Bundesliga, der Schwede Jerry Tolbring war mit 10 Treffern der erfolgreichste Torschütze der Kurpfälzer, die erst zwei Tage zuvor im Spitzenspiel gegen den SC Magdeburg mit 28 zu 22 triumphiert hatten. Von Sportinformationsdienst Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Musik Untertitelung des ZDF, 2020